ARD Text im Auftrag von Funk Das ist nicht gerade wahnsinnig praktisch. Ständig verschütte ich irgendwas, aber der Typ, der oben wohnt, ist nie da. Also kann ich ruhig was verschütten. Kriegt niemand mit. Also dann wohnst du hier richtig? Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Wenn ich zu Geld komme, mache ich was dran. Sind das eigentlich CDs in den Kisten da unten? Zeige ich dir. Untertitelung im Auftrag von Funk Untertitelung. BR 2018